Wir müssen diese Geschütze neutralisieren! Das Sieg ist natürlich schon sehr gut! Das sind wir für heute. Die Verlustreitung hat den Treppen hier! Ja, die bei uns bleiben. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Verstanden. 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 So habe ich das eben verstanden. Der Prophet des Bedauerns will Halo aktivieren. Sind Sie sicher? Ich erleuchte diesen heiligen Ring, schüre die reinigende Flamme und brenne einen Pfad zur Göttlichkeit. Wie bescheiden. Commander, wir haben ein Problem. Schon gehört. Wie ich das sehe, braucht der Prophet ein Objekt. Den Index zum Aktivieren des Rings. Ich habe eine Bibliothek ähnlich der auf dem ersten Halo entdeckt. Wenn die Ringe gleich funktionieren, müsste der Index dort sein. Ich wette, die Allianz hat das auch schon rausgefunden. Wir sollten Ihnen zuvor kommen, Sargent. Holen Sie Ihre Männer. Wir treffen uns in der Bibliothek. Ja, Ma'am. Ich sichere den Index, Chief. Sie erledigen den Propheten. Jetzt wissen wir alles, was wir brauchen.